Vorsicht, Neck! Dieses Gestein ist sehr rutschig. Spannende Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es wäre leicht, finde ich, ohne Verstärkung in eine Mine zu gehen. Man weiß nie, was man findet. Kobolde, Wachen... Je größer der Schatz, desto größer das Risiko. Zuerst habe ich Minenroboter gebaut. Es ist so viel einfacher, da unten Relikte zu bergen, wenn man über starke Feuerkraft verfügt. Danach habe ich auch Sicherheitsroboter produziert. Die Bauart ist dieselbe. Nur das Superior ist etwas anders. Weiter! Ja. 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 Das war's. 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 Das war's.